Aus Denkbilder. Es geht um ein Spiel. Kindern werden Worte gesagt, sie sollen daraus Sätze bilden. Und Benjamin hat ein paar Beispiele notiert. Fantasie, Sätze von einem elfjährigen Mädchen nach gegebenen Worten gebildet. Die Worte Freiheit, Garten, Verblichen, Begrüßung, Wahnsinnig, Nadelöhr. Da die Freiheit nicht so schnell errungen wird, wie die Blätter im Garten verblichen sind, so ist ihre Begrüßung desto stürmischer. Und selbst die wahnsinnigen Leute, die ein Nadelöhr für größer als einen Affen halten, tun mit. Zweite Beispiel, die Wörter, Tischtuch, Himmel, Kopfkissen, Erdteil, Ewigkeit. Der Tisch vor ihm war mit einem Tischtuch bedeckt und unter freiem Himmel. Er lag auf dem Kopfkissen in dem weltentfernten Erdteil und schlief, als wollte er in Ewigkeit nicht mehr wach werden. Die Wörter Lippen, Biegsam, Würfel, Seil, Zitrone. Ihre Lippen waren so rosig wie die biegsamen Rosen, wenn man sie angesteckt hat beim Spielen mit den Würfeln oder beim Seilziehen. Aber ihr Blick war bitter wie die Schale der Zitrone. Ecke, Betonung, Charakter, Schublade, Flach. An der Ecke, er sagte es mit Betonung, sah ich einen Charakter, der wie eine Schublade flach war. Rohr, Grenze, Beute, Belebt, Mager. Das Rohr an der Grenze war ein Ort für Räuber. Hierher brachten sie ihre Beute, da der Weg nicht belebt war. Beim Mondlicht erschienen die Gestalten mager. Brezel, Feder, Pause, Klage, Firlefanz. Die Zeit schwingt sich wie eine Brezel durch die Natur. Die Feder malt die Landschaft und entsteht eine Pause, so wird sie mit Regen ausgefüllt. Man hört keine Klage, denn es gibt keinen Firlefanz. Was? Was?